Nils, wir wollen hier heute über die Graphic Novel, die Geschichte der drei Steine reden und tun das an einem ganz besonderen Ort. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wo wir sind und vor allem, worum es in deiner Geschichte geht. Also wir sind hier in der Steinwache in Dortmund, dem ehemaligen Gestapo-Gefängnis, man hat es auch die Hölle des Westens genannt und der Widerstand wurde halt hier eingesperrt, teilweise ermordet und nachher auch in KZs verbracht. Ich selber bin hier in Dortmund aufgewachsen und an meiner Schule gab es ein starkes Aufkommen von Neonazis und ich war in jungen Jahren von 13, habe mich damals gegen diese Idiotie aufgelehnt und es nachher eskaliert bis in zwei Mordanschlägen, die ich zum Glück überlebt habe. Diese Geschichte, die über zwei Jahre stattgefunden hat, die habe ich dramatisiert in einer Graphic Novel und werde sie jetzt bald auch verlegen und herausbringen. Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Graphic Novel. Ich meine, warum hast du dich entschieden, so dieses, klingt sehr hart, diese schweren Erlebnisse zeichnerisch umzusetzen? Graphic Novel ist ein sehr gutes Format, um auch zu erzählen, gerade weil es auch jugendliche, junge Leser auch anspricht, besser als ein Roman. Das Visualisieren von den Vorgängen erklärt auch viel mehr als Worte es eigentlich können. Wie geht es dir nun heute, wenn du an Vorfälle von damals denkst? Einmal mit einem professionellen Argo drauf gucken, wie kann ich es gut zusammenfügend dramatisieren, aber es ist manchmal doch sehr bedrückend, gerade auch, wenn ich hier wieder vor Ort bin, an den Orten, wo es passiert ist. Man nennt es dann auch Retraumatisieren, aber damit kommt man um, damit kommt man auch näher an die Geschichte ran. Du hast deiner Geschichte einen etwas verrätselten Titel gegeben. Was hat es damit auf sich? Ja, die Geschichte der drei Steine, das hieß der erste Titel, jetzt haben wir gekürzt auf die drei Steine, bezieht sich indirekt auf die jüdische Tradition der Steine widerlegen. Ich habe von einem geschändeten Judenfriedhof drei Steine, die zum Gedenken niedergelegt worden waren, aufgenommen. Den ersten Stein habe ich genommen, um mich selbst zu verteidigen. Den habe ich an einen Nazi ins Gesicht geworfen, als er mich angreifen wollte mit mehreren Leuten. Den zweiten Stein, den habe ich dann auch in die Hand genommen, um halt mein Leben zu schützen. Habe dann aber die Gewalt verweigert, jemanden umzubringen, habe den Stein weggeworfen. Den dritten Stein habe ich symbolisch vor ein paar Jahren in Yad Vashem an der Holocaust-Gedenksteine, am Mahnmal der Wehrstandskämpfer niedergelegt. Und damit hat dieser Stein dann die Bedeutung wieder gekriegt. Wir sind jetzt schon mitten in den Ereignissen von damals eigentlich. Wenn du so zurückblickst, würdest du aus heutiger Sicht etwas anders machen? Vieles, vieles. Also ich hätte intensiver nach Hilfe suchen sollen. Ich habe es probiert. Dort, wo ich vorgesprochen habe, wurde ich nicht gehört, aus verschiedenen Gründen. Ich habe mich verteidigt. Ich bin selber in die Gewaltspirale mit eingestiegen, die ich zum Glück beenden konnte. Aber ich hätte intensiver nach Hilfe suchen sollen. Du hast gerade schon gesagt, dass ein Graphic Novel ein sehr gutes Mittel ist, um gerade Jugendliche anzusprechen. Wenn du jetzt genau diese Jugendlichen ansprechen willst, was sind denn so für dich die zentralen Themen deiner Geschichte? Die Jugendlichen. Also wenn ich daran denke, dass es jetzt vielleicht ein Jugendlicher in die Hand kriegt, der eine Neonazi-Gruppierung in seiner Schule hat und die sie auf seine Seite ziehen möchten. Und er aufgrund dieser Geschichte sich das überlegt und sich entscheidet, an so einem Blödsinn nicht mitzumachen. Damit hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was du anders machen würdest. Gibt es auch noch so einen Rat, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Ja, auch überlegen, was man sagt, wann man es sagt. Ich habe sehr viel auch provoziert, selber Gewalt hervorgerufen. Ich habe die Leute mit meiner frechen Klappe blamiert. Und wie ich sie kennengelernt habe, diese braune Brut, sie ist sehr humorlos. Bedrohungsszenarien durch Nazis sind ja leider heute immer noch ein ganz großes Thema. Wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation heute ist, was rätst du dem? An wen kann er oder sie sich wenden? Also heute in Zeiten des Internets lassen sich Informationen sehr viel leichter hervorrufen. Inzwischen ist die Polizei auch viel weiter sensibilisiert zum Thema gegenüber wie früher. Es gibt Opferberatungen, es gibt, die einem wirklich helfen, die auch für einen einstehen und die einen auch begleiten bei schwierigen Terminen wie zu Gericht oder auch zu der Polizei. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Wir sind heute in der Steinwache in Dortmund. Wenn du jetzt so auf die Stadt blickst, wie stellt sich die rechtsextreme Szene heute dar? Du bist zwar weggezogen, aber ich glaube zu wissen, dass du immer noch verfolgst, was hier passiert. Also ich habe ständig meinen Fokus drauf, gerade auch besonders, weil ich diese Geschichte entwickle. Und einige der damaligen Protagonisten heute noch in der rechten Szene sehr aktiv sind. Und dazu sind noch neue dazugekommen. Aus dem damaligen Umfeld kam dann auch diese Skinhead-Front Dortmund, Borussenfront. SSSIGI spielte damals auch eine Rolle. Und heute sind die nationalen Autonomen auch hier vor Ort, stark vor Ort und sind sogar auch im Stadtrat gelandet. Und es wird viel gemacht dagegen, aber die gesetzlichen Möglichkeiten sind halt beschränkt. Wie fühlst du dich nun, wenn du die Schauplätze von damals siehst? Ich denke da zum Beispiel an deine ehemalige Schule, an den Hof da. Wie geht es dir, wenn du die Orte heute besuchst? Gemischt, gemischte Gefühle. Also da habe ich auch meinen besten Freund kennengelernt. Aber da habe ich auch schlimme Sachen erlebt. Gerade in dem Ort, wo sie versucht haben, mich umzubringen, da kriege ich einen dicken Klotz im Hals. Das ist doch sehr beängstigend. Auch was ich gesehen habe in Dorstfeld, wo halt diese Nazis wohnen, die ganzen Spuckis vor der Tür mit den Nazi-Aufklebern. Das war schon sehr bedrückend. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, dass es eben diese Graphic Novel geben wird. Aber das ist ja noch ein viel umfassenderes Paket. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was rund um die drei Steine noch passieren wird. Also als erstes machen wir diese pädagogische Vorveröffentlichung, die dazu da ist, dass sie kostenlos Schulen zur Verfügung gestellt wird. Dazu begleitend gibt es dann Lehrmaterial, das man online herunterladen kann für die Schüler. Dokumentation, Pressespiegel, auch Links zu Hilfeorganisationen und Opferhilfeorganisationen und anderen Informationsportalen. Videos, Videokommentare, Bildgalerien. Und dann werde ich über das Jahr weiterarbeiten an dieser Graphic Novell. Und hoffentlich im Frühjahr 2016 wird das fertige Buch mit über 200 Seiten bei Panini erscheinen. Wen willst du damit erreichen? Wer soll durch deine Geschichte angesprochen werden? Natürlich Graphic Novell-Leser. Dann natürlich auch Jugendliche, die es halt vielleicht auch durch ihre Schule in die Hände bekommen. Die vielleicht auch vorher noch gar keinen Zugang zu Comics haben. Natürlich sind es Menschen wie Leser, die sich an Stoffen interessieren. Aber auch Leute, die kurz davor sind, das braune Umfeld zu schwenken. Und sich es dann vielleicht hoffentlich anders überlegen. Die Drei Steine ist ja eine autobiografische Graphic Novel. Macht dir das nicht Angst, einem hoffentlich sehr breiten Publikum einen doch sehr persönlichen Einblick in deine Lebensgeschichte zu geben? Das ist mir schon klar, dass es natürlich auch Risiken mit sich bringt. Und auch klar, dass ich auch über Menschen rede, die noch am Leben sind. Und auch von meiner Familie rede. Auch von meinem Sohn rede. Und mir ist auch sehr bewusst, dass ich mich auch selber wieder in den Fokus setze. Diese rechten Szene. Aber ich weiß auch, wie ich da teilweise mich beschützen kann. Also meine Internetadresse und sowas, das ist halt nicht immer einfach nachzurecherchieren. Aber mir ist es wert, dieses Risiko einzugehen. Weil es muss einmal auch aus der Sicht eines Opfers erzählt werden. Es gibt ganz viele Geschichten, die sind aus Sicht von Tätern, die zu Opfern werden. Szene aussteigern etc. Oder aus Polizeisicht erzählt. Aber aus Opfersicht kann ich mich nicht erinnern, dass es darüber eine Geschichte gibt. Jetzt alles in einem. Meine letzte Frage wäre, was ist so deine Hoffnung für das gesamte Projekt? Meine Hoffnung ist, dass es viele Leute lesen. Meine Hoffnung ist, dass es auch hoffentlich Leute dazu bewegt, irgendwie sich Sachen zu überlegen. Oder auch, wie man mit Gewalt umgeht. Wenn man Gewalt begeht, was tut man dem anderen damit an? Es kann Spuren geben, die einen ein Leben lang verfolgen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, ich gehe es jetzt nicht. Und man kann dann in seine Vergangenheit schauen und sagen, es war gut, dass ich mich damals anders entschieden habe. Und ich möchte auch wirklich, dass es auch in anderen Ländern erscheint. Das ist mein großer Traum. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.